Platz 1 Meine Frau will mit mir über mein kindisches Verhalten reden. Tja, aber ohne das Geheimwort kommt sie nicht in meine Kissenburg. Platz 2 Bei manchen Sätzen ist es sehr wichtig, ob sie ein Mann oder eine Frau sagt. Z B Gestern Abend habe ich bei einem wirklich geilen Film eine ganze Packung Taschentücher verbraucht. Platz 3 Was ist weiß und fliegt nach oben? Eine behinderte Schneeflocke. Platz 4 Stimmt es, dass ihr Mädels so gut duftet, weil ihr so einen hohen Anteil an Orangenhaut habt? Flirten kann ich. Platz 5 Ich habe immer gedacht, dass ich mit fernöstlichen Philosophien mein Inneres sich erreichen kann, und nicht etwa mit eins, lagigem Klopapier. Platz 4 ann